Du möchtest eine Webseite betreten und plötzlich kommt die Meldung, dass deine Uhr falsch gestellt ist, dass deine Systemseite falsch eingestellt ist. Wo du auf das Zurückzuführen bist und was du dagegen tun kannst, erfährst du im heutigen Video. Ohne lange um den heißen Brei herumzureden, in den meisten Fällen ist es so, dass bei dir im System gar kein Fehler vorliegt. Das ist auch ein Stück weit hier sehr gut nachvollziehbar, also so ein bisschen kryptisch. Es steht hier, dass das Datum, das Date des Certificates, des Zertifikats, das die Seite verwendet, nicht mehr gültig ist. Also das heißt, es ist bei dem Server, auf deren Seite und nicht bei dir, also auf deiner Seite als derjenige, der mit seinem Browser auf die Seite zugreifen will. Falls du dich näher dafür interessierst, wie die Kommunikation zwischen deinem Browser und dem Server abläuft, wir haben ein sehr ausführliches Video dazu, erst vor kurzem auf diesem Kanal live gegangen, wo wir dir einmal den kompletten Prozess aufzeigen. Was du jetzt jedenfalls machen kannst, ist erstens, du guckst in deine Systemeinstellungen und in den Systemeinstellungen sehen wir hier zum Beispiel beim Apple, falls du nicht weißt, wie es geht, Command, Leerzeichen, bring die Spotlight Search auf. Dann, was du auch machen kannst, ist, du kannst erst mal Systemeinstellungen eingeben, also System und dann kannst du über die Systemeinstellungen, wenn du da gelandet bist, hier oben Datum eingeben. Jedenfalls, so kommst du relativ schnell dahin. Bei Windows funktioniert es mehr oder weniger analog, indem du die Starttaste drückst und dann hast du das Windows-Äquivalent zur Spotlight Search, du kannst auch Systemstocken eingeben und landest dann normalerweise relativ schnell an dieser Stelle. Jedenfalls ist hier eingestellt, dass mein Datum, meine Uhrzeit automatisch eingestellt werden, das ist meistens sinnvoll und die aktuelle Zeitzone. Und wie wir jetzt hieran sehen können, es liegt eben nicht an mir. Wenn es so wäre, übrigens, könntest du quasi keine einzige Webseite besuchen. Also, wenn du versuchen würdest, auf Google zu gehen, müsste quasi eine Fehlermeldung kommen, denn ja, auch hier ist quasi das gleiche Spiel, dass deine Zeit falsch eingestellt ist. Das heißt, nochmal zusammengefasst, du kannst eigentlich nichts machen, außer natürlich, es ist deine Seite. Das ist jetzt nochmal der Spezialfall, wenn es sich um deine Seite handelt. Und wie wir hier schon rauslesen konnten, das Ganze hat mit dem SSL-Zertifikat der Seite zu tun, auf die du zugreifen möchtest. Wir können mal kurz auf die Fehlermeldung hier in Firefox schauen. Die ist sogar noch ein bisschen aussagekräftiger aus meiner Sicht. Denn hier steht noch ganz explizit dabei, dass am wahrscheinlichsten das Problem durch die Webseite verursacht wird. Okay, falls du jetzt das alles weißt, okay, dann ist jetzt natürlich die nächste Frage, wie kriege ich ein SSL-Zertifikat auf meine Seite? Das Problem ist, dass es hier keine One-Size-Fits-All-Solution gibt, sondern dass es abhängig von dem Provider, bei dem du bist. Bei einem von uns bevorzugten Anbieter für Shared-Hosting-Verträge, All-Incle, musst du dich in das CAS, in die technische Verwaltung einloggen. Und anschließend hast du hier den Punkt Domain. Kannst dann eine beliebige Domain auswählen. Wir nehmen mal einfach die hier, klickst auf Bearbeiten. Und dann gibt es hier den Punkt SSL-Schutz. Den klickst du an, du kannst dann sagen, du möchtest ein Zertifikat von Let's Encrypt haben. Und wenige Minuten später ist das drin. Das ist bei All-Incle, bei allen Verträgen inklusive, bis auf den günstigsten Vertrag. Deswegen raten wir dir auch immer dazu, den Privat Plus zu nehmen. Das ist der zweitgünstigste Vertrag. Aber selbst im günstigsten Vertrag kriegst du diese Option für 99 Cent pro Monat für alle Domains. Also nicht pro Domain, sondern für alle Domains zahlst du 99 Cent pro Monat. Und du hast jetzt quasi auch unbeschränkt Let's Encrypt Zertifikate. So oder so ähnlich verhält sich das eigentlich bei allen Anbietern. Bei Yonos ist es so, du gehst auf Domains und SSL. Manchmal siehst du hier oben direkt eine Übersicht von SSL-Angeboten. Ansonsten siehst du hier quasi dieses Schloss. Du kannst da draufklicken. Und dann im Anschluss kannst du ein SSL-Zertifikat für diese Domain bestellen. Yonos, genauso wie Strato und diverse andere größere Anbieter, die sehr viel Werbung schalten und gleichzeitig sehr wenig Leistung bringen, haben üblicherweise diese Sachen hier, wo man dich dann verwirren will mit mehr Informationen, was für ein fantastisches SSL-Zertifikat du irgendwie dazu buchen kannst. Es gibt hier unten auch noch SSL-Flat-Pakete und so weiter. Die Kurzversion, die ich dir hier dazu sagen kann, ist, dass SSL-Zertifikate quasi immer alle gleich sind. Also ob das von Let's Encrypt ist oder ob das irgendwie so ein Business-Zertifikat ist, macht quasi keinen Unterschied. In den meisten Fällen ist es so, dass man dir nur mehr Geld abnehmen will. Also du kannst hier das Starter-SSL-Zertifikat nehmen. Das ist quasi genauso gut. Ja, die gedeckten Schadenssummen sind hier geringer. Ja, das ist immer so das Totschlagargument. Aber diese Schadenssumme kommt zum Tragen, wenn jemand über deine Webseite einen Einkauf tätigt und das Zertifikat irgendwie was vorgegaukelt hat. Aber das war ja gar nicht so. Es hängt ein Rattenschwanz an Bedingungen daran. Das kommt niemals vor. Also das würde nicht mal bei einer Bank irgendwie greifen, mit der du ständig verschlüsselte Geschäfte tätigst. Diese Bedingungen. Deswegen hol dir das günstigste Zertifikat. Das reicht im Normalfall wirklich immer aus. Strato haben wir eben schon erwähnt. Quasi das gleiche. Du gehst hier auf Strato SSL. Dann gibt es hier eine verwirrende Sache. In einigen Verträgen hast du unbegrenzt SSL-Zertifikate mit inkludiert. Aber das wird hier hier nirgendwo gesagt. Du kannst immer nur hier oben ein neues Zertifikat bestellen. Oder du siehst hier, du hast dein SSL Basic. Und das kannst du zuweisen. Und das sehr verwirrende dabei ist, wenn du das jetzt zuweist auf eine Domain. Weil für dich entsteht ja jetzt der Eindruck, dass du nur eins oder zwei davon hast. Dann sagst du Domain zuweisen. Dann taucht jetzt nach dieser Zuweisung dieses Ding einfach wieder auf. Also ja, wir haben das jetzt dieser anderen Domain gegeben. Smallville war das. Und genau, die wird gerade zugeteilt. Und hier oben taucht es wieder auf. Das heißt, du hast in manchen Verträgen bei Strato unbegrenzt viele SSL Basic Zertifikate. Ohne, dass du dafür zahlen musst. Es steht natürlich nur nirgendwo, damit du immer schön auf den Knopf drückst und ein neues Zertifikat bestellst. Aber wieder der Punkt für dich, ja, jedes SSL Zertifikat ist quasi gleich. Bei Domain Factory gibt es quasi keine kostenlosen inklusive SSL Zertifikate. Die sind fast immer irgendwie beschränkt. Da kannst du hier in die Domains anzeigen gehen, sobald du dich eingeloggt hast. Musst du in den Auftrag rein. Das ist immer der nächste Schritt. Und jetzt in der Auftragsübersicht hast du hier links wieder, wie bei den anderen SSL Zertifikate. Und dann kannst du dir hier jeweils wieder ein neues bestellen. Meistens ist eins inklusive, sieht man hier auch. Eins ist pro Vertrag meistens inklusive. Weitere kosten dann eben wieder Geld. Ja, hier hast du den Punkt neues SSL Zertifikat erstellen. Und leider auch wieder hier so, du kriegst es standardmäßig dort nicht kostenlos. Du musst einen kleinen Betrag pro Monat bezahlen. Wenn du mehrere Domains hast, lohnt es sich teilweise den Anbieter zu wechseln, nur aufgrund der Kosten für SSL. Bei Webgo ist es so, dass es hier direkt bei dem Einloggen einen riesen Punkt SSL Schutz gibt. Den solltest du nicht klicken. Ich weiß, es ist nicht intuitiv. Stattdessen gehst du quasi in den Webspace Admin. Und im Webspace Admin hast du jetzt hier die Möglichkeit, SSL auszuwählen auf der linken Seite. Und dann kannst du hier oben SSL anlegen machen. Und jetzt kriegst du ein kostenloses Zertifikat von Let's Encrypt, das dich nichts kostet. Also das ist irgendwo cool, dass sie kostenlose Zertifikate haben, aber auf der gleichen Seite ultra widersprüchlich, dass man hier direkt zum Beginn, wenn man sich eingeloggt hat, hey, yo, hier, blink, blink, buche mich. Ja, ich bin der SSL Schutz. Klickt es nicht, holt ihr das kostenlose Zertifikat. Wir sind quasi gleich gut. Zum Abschluss haben wir hier noch HostEurope. Das ist auch nochmal so ein musterbegültiges Beispiel, wie man es nicht macht. Du gehst hier in die Produktverwaltung rein bei HostEurope. Dann gehst du erst auf SSL. Jetzt kannst du hier ein neues SSL Zertifikat bestellen. Dann ist es, es gibt auch kostenlose übrigens, das sieht man hier, ja, das Ganze ist hier 0 Euro. Also es gibt auch kostenlose Zertifikate. Nachdem du das bestellt hast, musst du es aber noch der Domain zuweisen. Es ist einer der am wenigsten intuitiven Prozesse von allen. Du musst jetzt auf Webhosting gehen, musst dann in den Vertrag rein, nicht auf Domain Services, das wäre zu einfach. Ja, man soll ja meinen, dass das SSL Zertifikat, was wir in der Domain zu tun haben, aber nein, bei dem ist es hier beim Webhosting aufgehoben. Und dann gehst du hier auf SSL, administrieren und kannst dann jetzt wieder das Zertifikat zuweisen. Achtung, hier gibt es so geile Sachen wie SSL? Ja, also du glaubst dann, dass deine Domain gesichert ist, aber teilweise ist die Gültigkeit abgelaufen. Da kommt keine Warnmeldung, da kommt gar nichts. Und dir wird vorgegaukelt in dieser Oberfläche von HostEurope, dass du ein gültiges, sollte man meinen, SSL Zertifikat für deine Domain eingesetzt hast. Dabei ist es teilweise abgelaufen. Das ist, ich glaube, das Schlechteste von allen Anbietern, weil kein anderer Anbieter gaukelt dir vor, dass alles funktioniert. Und die könnten ja Geld damit machen, ja. Man würde ja ein neues Zertifikat kaufen oder es ersetzen oder verlängern oder sonst was. Aber sie sagen dir einfach nicht, dass es abgelaufen ist. Ab und zu kriegt man mal eine Mail, aber die ignoriert man, weil die sich wie alle Mails lesen. Und hier musst du dann quasi auf Ersetzen gehen und dann kannst du das Zertifikat, das du vorher unter SSL ausgestellt hast, hier entsprechend auswählen und einbinden. Unser Pro-Tipp macht es 1, 2, 3 Tage, vielleicht sogar eine Woche, bevor das Zertifikat abläuft. Denn es dauert bei HostEurope irgendwie bis zu einem Tag, bis das SSL Zertifikat zugewiesen wurde. Bei All-Incle dauert es im Normalfall 5 Minuten. Ja, ist keine Übertreibung. 5 Minuten, stell die Uhr danach. Es funktioniert normalerweise. Das war es jetzt aber wirklich. Mehr Anbieter habe ich hier nicht. Falls du noch einen hast, der hier nicht aufgeführt ist und es für dich irgendwie zu schwer ist, gib einfach Bescheid. Du kannst uns gerne E-Mail schreiben an info.nexthub.de. Wir gehen da gerne drauf ein, löst das Problem für dich. Normalerweise ist das eine Kleinigkeit, 50 Euro oder sowas. Wir haben das sofort für dich gelöst und deine Webseite läuft wieder. Du kannst natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, falls du dir irgendwie Tipps für andere hast, die mit dem Problem zu kämpfen haben. Dem Video, falls es dir weitergeholfen hat, Daumen hoch geben, den Kanal immer noch abonnieren. Dann sehen wir uns bald mal wieder hier. Mach's gut, bis dann.